Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Das hat sich Patricia Blanco, 51, wahrscheinlich anders vorgestellt. Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner Andreas Ellermann sind eigentlich ein Traumpaar. Doch ab und zu krache es bei den beiden auch mal ordentlich. Zuletzt sei die Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco, 85, nämlich ziemlich sauer auf ihn gewesen, als er einfach einen Auftritt ihres Vaters in eine gemeinsame Sendung schnitt. Das Familienverhältnis soll nämlich angespannt sein. Jetzt stellte der Millionär seine Freundin wieder vor vollendete Tatsachen. Patricia besuchte mit ihrem Liebsten nämlich das Münchner Oktoberfest. Ich wollte ganz klassisch in Bayern-Tracht kommen, erklärte sie gegenüber BILD. Doch Andreas hatte da offensichtlich andere. Hey Leute, das ist Ganjsham. Dann schreibt uns auf die Kanal und schreibt uns die BEL-Icon. Und Like our Video und Share mit deinen Freund und Familie. Danke sehr für die Video. Danke. 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 Vielen Dank.